Ihr Geist ist das, was Sie einzigartig macht. Ihr Körper transportiert nur Ihren Geist. Und genau wie Elektrizität nach den Gesetzen der Elektrizität arbeitet, Physik nach den Gesetzen der Physik, Natur nach den Gesetzen der Natur, gibt es bestimmte geistige Gesetze, die bestimmen, was Ihnen passiert. Diese geistigen Gesetze sind so unerbittlich wie die Gesetze der Schwerkraft. Sie funktionieren 900% der Zeit. Und jeder Erfolg, den man im Leben hat, kommt daher, dass man das Leben in Harmonie lebt. Mit den grundlegenden geistigen Gesetzen und allen Problemen oder Schwierigkeiten, die im Leben aufgetreten sind, kommen aus dem Leben ohne Harmonie mit diesen grundlegenden Gesetzen.